Musik 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 Das heißt, du würdest rüberkommen Vielleicht dann schaltern Musik 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 Hey! So, dann wird mal Ruhe. Also. Jetzt. Lauf! Kommt da den Rausch. Ich probiere gerade was. Dann war ich hier in Ruhe da. Was warst du da? So. Nein! So. Frau Witter also. Ich bin Zauberer. So. Wir müssen abläutern. So. 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 Und jetzt? Super funktioniert. Ich bin Zauberer. Du musst das nicht verstehen. Ich bin Zauberer. So. 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 Derруж höhere Valρώ pur. Wie könig seis wordt einfach nur new wird. Nonnie ter然後 Linken Mariliener kerli das dienriauch. Grbly ganzérica Nein, in eine allgemeine diese Richtung. So, genau. Reicht. So. Jetzt kannst du unterbrechen. Ja, ich bin so mit dem ersten Ort drin. Irgendwie... Ach, jetzt bin ich wieder oben gewesen? So, nicht? Ich bin unten. Warte mal, warte mal. Guck dir da, da ging sie auch noch weiter. So. Hier ist nichts aber was drunter. Das heißt, da kommt man auch noch hin? Ja! Ist nicht wahr! Hier geht's auch noch mal hin. Hier runter. Da, wo muss ich Anlauf nehmen? Schnee! So, wunderbar. So, jetzt noch tiefer. Einfach mal die Zauberer zuhören. Ja, super. Eine ganz tolle Idee. Ja. So. Kommt mir irgendwie so ein bisschen vor wie... Wie heißt das Game nochmal? noch mal? Star, 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 DG. Warum nicht? Weil die Witten dann wieder fünf Scheiß. Scheiß-Theoretiker! Keine Ahnung von Praxis! So! Bin du mal da hoch? Ich bin schon da oben. Ich zeig dir jetzt gerade meine Praxis. Liebe Izzy, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und danke für die Hosen. Ja. Ich möchte früh zu Bett gehen. Du hast so viele Tanzpartner, aus denen du wählen kannst. Ich glaube, dir werden deine Füße morgen ganz schön wehtun. Rosabeth. Ganz viele Tanzpartner. Ist klar. So, jetzt ist meine Planke hier. Nein! Ich bin so gut. Ich wollte eine Planke, die von hier bis hier oben geht. So, weil ich eine Planke habe. So. Ich wollte nur mal zeigen, dass das ein Zauberer ja auch kann. Ja! Also, jetzt muss ich nur in diesen Ding da hin. Fünfmal mit dem, fünfmal da rüber. In drüben! Jetzt sind wir mal den Zauberer. Und ziehen wir dann den Ding. So ungefähr? Ja! Nein 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 nein! Na dann! Ja! So ungefähr, das ist ungekehrt. Ja, geht doch! Äh! 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 Geh weg! Was ist hier los? Äh! Was ist hier los? Ja! In Kreize nicht! Oh, ich weiß nicht! Nichts, ja! Hier mit die Verwenden! Warum nicht? So, war hier oben noch ein Junge. Ja! Ja! Ich hab' ein Traurer! Toll! Ich hab' ein Traurer! Alles gut! Das hat super funktioniert! Ich hab' mal, du! Ich hab' die Pflanze voll untergekommen! Ja! Ja! Super! Ja! Ja! Du wolltest doch wechseln oder nicht? Wir müssen doch irgendwo den zwingen! So! Kugel erstmal! Okay! Ja, wir können hier erstmal! Geh weg! Scheiße! Ich hab die Geistung kaputt! Geht auf! Ja! Huch! Nein! Ah! Scheiße! Das hab ich nicht gesehen! Das hat ja nun mal funktioniert! Ja! Ich hab ich nicht gesehen, ich hab ich nicht gesehen! Was? Jetzt geht's mal nach hier. Also erstmal so. Dann so und dann geh ich runter, um nochmal alles einzusammeln. Guck, ob ich noch mal finde! Nein! Scheint nicht so! Ja, super! Dann muss ich extra wegen! Geh doch mal wieder laufen! Dann hätten wir auch erst zum Schluss einsammeln können! Ja! 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 So! Und... Und... Ich bin tot, weil ich kein Schild hatte, sondern den Hammer! Scheiße! Und noch weiter hoch! Ja, dann müssen wir sogar lang! Ja! Ja! Geh du doch schon mal! Weißt? Ihr habt ne Trophäe erhalten? Ja! Trapez-Artist? Wie hab ich das denn jetzt hingekriegt? Ich meine, das spielt doch nicht für mich! Nö! Egal! Dankeschön! Ich find das toll! So! Warte! Warte! Irgendwie... Ich muss das Ding... Link ein Stück zum Drehen! Genau! So! Fast! Genau! Na ja! 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 Ich bin halt die Scheiße wie nochmal. Nochmal hier... Wir haben die Halbpreis nicht. Ne! Wir sind letztlich nicht... Dafür war's nicht so schwer. Oh das ist denn mit großen Platz. Na gut. Naja... das ist auch toll weiß nicht wenn du nicht richtig hüften kannst, kann ich noch nicht füren weil sie genau die Bärke weil ich in den Kopf hinschwingen muss war das gleiche Brett von vorhin auch ich hab da nichts dran geschraubt so Nächste ich bin ja auch doof warte mal so jetzt kannst du da schon mal her machen sie jetzt nämlich ein bisschen anders okay ganz zunächst ja genau ja 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 warum fällst du denn auf der Pflanze was denn da für Schweinereien so das lag sich gerade so gut so ich komm jetzt einfach mit ja oder auch nicht stimmt das kommt nämlich jetzt noch als nächstes dann wenn du dann oben bist muss ich auch die ganzen Scheißen auch noch mitmachen ja 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 und ja 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 auch hier nicht? Noch mal wechseln? Ähm... Hey! Das hält! Cool. Okay, jetzt bin ich auch da. Soll ich die Planke wieder lieben? Nein, erst mal liegen. Nein! Die Planke hältst, wenn du so drauf gehst aufs Blatt, dann klappt das Ding zusammen auch mit Planke hältst. Hä? Wunderbar. Zauberplanke. Oh nö. Woher? Nein, nein, nein. Wir haben... Mach mal, genau. Oh, ja, Taxi. So... Au! Au! Entschuldigung. Wollte ich nicht. Au! Tut mir leid. Aber ich glaube, jetzt haben wir alles. So. Oh, voll geil. Ähm... Ähm... Moment. Das ist irgendwie, sieht nicht gut aus. Was geht denn? Mach. Ja. Gar nix. Okay. Schön. Ja! Du wirst mich niemals aufhalten können! Äh... 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 Du wirst mich niemals aufhalten können! Äh... 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 Ich bin oben. Ja, ne, von wegen agilen und ohne Ende. Ja, ne, von wegen agilen und ohne Ende, naja, aber nix! Amarsch! Äh... 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 Weg! Weg! Bleib stehen! Weg! 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 Das ist doch irre! Nein! Nicht! Scheiße! Ich bin doch! Ja! Ja! Ja, toll! Du musst immer die Flanke wieder hoch! Mit Seil und alles! Das geht! Da geht's nicht hoch! Du bist lustig! Na! Du bist lustig! Ja! Nein! Nein! Nicht mich! Hey! Die Idee ist gut! Ja! 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 Das ist dazu! Gut, den Rest muss der Ritter machen! Ja! Gibt's nicht mal an die Stmeine! Ich war prügelt! Genab ! Nää! Fress meinen Hammer! Pуса! So! Ich hab die größeren Keule jetzt! Ich will die große Keule haben! Naja, oder auch nicht.